so oft zur letzten runde und der dunkel scheiße auch der herr steht draußen sieht man das im dunkeln nicht so wirklich da steht ja im sommer jahren und pennt ja ich muss jetzt noch mal sauber machen alle zusammen wegen nato und dann ist da am hoi steht altner salbei so flusschen nicht ok ja scheißtechnik Wo warst du hier rein, bitte? Wo warst du hier rein? Ja, aber dann wird wieder was ich. Vielen Dank. Jetzt hier mal wieder ein bisschen zusammenfägen. Ah, ja, das ist gut. Ja, ja. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das haben wir jetzt schon an mit Rumpallern. Kommt ihr Süßen. Bitteschön, das Abendmahl ist gerichtet. Okay. 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 So, dann ist hier erstmal Feierabend. Ihr habt da erstmal... Ich finde das so eine Sauerei. Andere bauen die Scheiße. Und wenn sich denn wegen so einer Idioten die Pferde verletzen, wird mir eher gemacht. Wenn ich was dafür könnte, das andere hier schon rumbollern. Okay. 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 Das machen wir noch. Das machen wir noch. Wenn hier was passiert, bin ich denn diejenige, die den R ja kriegt. So. Die gehen wir erstmal ruhig. Aber vielleicht würden sie sich dadurch auch an die Pferde mal gucken. Gut. Für heute war es das. Jetzt ist Feierabend angesagt. Und nun rein selber Abendessen. Bis zum nächsten Mal. Assim.